Ein weiteres Mal Hallo und Willkommen bei 30Match Radio, dem Work-Life & Balance Podcast mit Thomas Sommeräcker. Willkommen zur Episode 21, heute reden wir über Vorbilder. Genau, der Fokus ist heute das Thema Vorbilder, inklusive einer super spannenden Denkaufgabe für dich, was persönliche Helden für Körper, Herz und Geist betrifft. Zuerst aber noch ein paar News und etwas Housekeeping. Vielleicht ist es dir ja schon aufgefallen, mein Podcast hat ein neues Coverbild. Gemeinsam mit meiner Lieblingsdesignerin Paula Kienbauer haben wir nach den ersten 20 Folgen dem Cover von 30Match Radio ein kleines Frühlingsupdate gegönnt. Das Foto wurde geändert und etwas verkleinert. Am auffälligsten ist wohl, dass statt dem großen Sender-Namen jetzt die Phrase Work-Life & Balance im Vordergrund steht. Ich habe sie auch beim Podcast-Namen ergänzt, einzig und allein aus dem Hintergrund, dass ich mit dem alleinstehend, wenig aussagekräftigen Titel 30Match Radio nicht mehr ganz happy war und allen Hörerinnen zumindest einen kleinen thematischen Hinweis geben wollte, worum es sich bei den Inhalten in diesem Podcast primär dreht. Hier spielt auch schon das heutige Thema Vorbilder ein bisschen mit, denn beim Prozess haben sich natürlich Paula und ich durch diverse Podcasts gescrollt, die uns gefallen, auf iTunes, auf Spotify. Und da haben wir versucht, ein gewisses Muster herauszufinden. Mit und ohne Foto, wie viel Text, wie groß geschrieben, soll mein Name mit drauf oder nicht. Was unterscheidet die Podcast-Cover von Arnold Schwarzenegger, Sascha Lobo oder Kevin Rose oder Tim Ferriss, welche kleinsten gemeinsamen Nenner vereinen sie dann irgendwo dennoch. Ich hoffe, dass dir die Entscheidung gefällt. Nach gut einem Jahr in derselben Cover-Variante denke ich, dass etwas Auffrischung durchaus gut tun kann. Wenn du dazu Feedback hast, schicke mir natürlich das gern auf Instagram oder schau dir die Kontaktmöglichkeiten auf der Webseite 30march.com an. Würde mich jedenfalls freuen, wenn ich da von dir etwas lesen oder vielleicht vor meiner Sprachnachricht auch etwas hören kann. Ebenfalls durch den Podcast zieht sich das Motto Connecting the Like-Minded. Und genau diese Frage, nämlich nach der Verbindung zu meinen Gesprächspartnern, hat mir in der letzten Episode Nummer 20, Reden wir über Flow, tatsächlich einen kleinen Aha-Moment geliefert. Mein Gast Magdalena beantwortete die Frage nämlich so. Von meiner Seite? Ich bin auch gespannt auf deine Antwort drauf. Von meiner Seite sind wir zwei like-minded, weil ich das Gefühl habe, wir interessieren uns beide dafür, wie man das Leben möglichst gut gestalten kann. Also das kriege ich auch in deinem Buch mit oder wenn ich deine Beiträge lese, auch online. Auch wenn wir uns ziehen auf einen Kaffee, merke ich, wir beide sind zu einem komplett anderen Punkt in unserem Leben. Wir haben komplett andere Berufswege gewählt, aber trotzdem schauen wir immer wieder, wie kann man das Leben, wie kann man es uns fein machen und wie können wir uns auch weiterentwickeln im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und das, ja, ich glaube, das macht uns beide like-minded. Und auch, wie können wir das mit anderen teilen, weil weder du noch ich machen das jetzt nur für uns, mit uns im stillen Kämmerlein. Es gibt ja auch ganz viele, die machen das für sich. Wir machen das auch öffentlich. Wir machen Beiträge drüber, sprechen mit Leuten und wollen das auch weitergeben, unsere Erfahrung. Wohl etwas unabsichtlich hat mir Magdalena damit den Sinn und Zweck dieses Podcasts bestätigt, beziehungsweise das Why, also warum ich das alles mache, auf den Punkt gebracht. Nämlich sich a. Gedanken zu machen, Bücher zu lesen, Erlebnisse zu erleben, aufmerksam durch die Welt zu gehen und b. die daraus resultierenden Erfahrungen mit dir, mit euch zu teilen. Das sind manchmal wie heute meine Gedanken, meist aber die Gespräche mit meinen Gästen, die dir dabei helfen können, auch dein Leben zu verbessern. Und wenn es noch so kleine Aspekte sind, die du dir hier mitnehmen kannst. Ja, und da schließt dich der Kreis wohl auch perfekt zu meinem Buch namens Open Source. Auch das ist ein Sammelsurium aus Gedanken, Zitaten und Links, sowie persönlich Erlebte, in dem nicht nur ich, sondern auch viele WegbegleiterInnen eine große Rolle spielen, beziehungsweise in vielen Kapiteln und Abschnitten sogar selbst zu Wort kommen. Wenn man Open Source gelesen hat, fühlt man sich wie nach einem Abend mit sehr spannenden Gesprächen mit einem guten Freund. So fasst ein Amazon-Rezensent seinen Eindruck von meinem Buch zusammen. Wow, wie mich das freut. Wohlgemerkt von einem Leser, beziehungsweise einer Person, die ich vorher nicht persönlich getroffen oder gekannt habe. So ein Feedback. Das Leben möglichst gut gestalten also. Das ist es, worum es hier geht. Work-Life und Balance, wie ein Leben wohl nicht ohne etwas Work, dem Purpose, dem Nutzen für die Gesellschaft, für das Umfeld auskommt und weil im Leben auch die Balance wichtig ist, zwischen beruflichem, privatem und natürlich familiärem. Ich denke, dass genau diese Balance umso besser ist, je besser man seine Verbindungen im Leben aufbaut, nutzt und vor allem laufend pflegt. Deshalb gibt es 30 March Radio, den Work-Life und Balance Podcast mit mir, Thomas Sommeräcker. Deshalb ist und bleibt das Motto Connecting the Like-Minded, weil eben das Leben aus analogen und zunehmend digitalen, stets jedoch zutiefst zwischenmenschlichen Verbindungen besteht. Ja und jetzt aber reden wir endlich über Vorbilder. Die Überschrift, das Hauptthema der heutigen Solo-Podcast-Folge von mir, mit mir, die etwas kürzer ausfällt, die aber hoffentlich mindestens denselben Mehrwert hat, wie alle anderen Gespräche, die ich bisher hier auf dieser Plattform live geschaltet habe. Heute habe ich keinen Gast, sondern ich werde dir in dieser Folge von meinem Erlebnis auf einem Seminar berichten, das ich im Mai 2018 besucht habe. Dort wurden alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Saal darum gebeten, sich schnell mal drei Vorbilder zu notieren. Unbedingt mit der Ergänzung, warum denn die jeweilige Person uns als solches dient. Es gab ein paar Minuten Zeit zur Vorbereitung, einen Bleistift und eine leere kleine Karte aus Papier. Das Resultat überrascht mich bis heute. Genau an der Stelle bitte ich auch dich darum, dir Gedanken zu machen, wer denn deine drei Vorbilder im Leben sind bzw. sein könnten. Sobald du die Namen dazu hast, leg dich bitte unbedingt auf drei fest, überleg dir zumindest einen Grund, eine Eigenschaft, warum exakt diese Person auf deiner kurzen Auswahlliste Platz gefunden hat. Schnapp dir was zum Schreiben. Ich empfehle etwas Analoges, Altmodisches, auch wenn es am Computer, iPad oder Smartphone genauso gut klappt. Aber wie gesagt, nimm ein Blatt Papier, einen Stift und leg gleich mal los. Natürlich solltest du das nicht probieren, wenn du gerade selbst im Auto fährst oder eine andere verantwortungsvolle Tätigkeit beim Hören des Podcasts ausübst. Dann merkt er es für später. Vielleicht klickst du auch gleich auf Pause und hörst dann am passenden Zeitpunkt einfach später weiter. Für alle, die gleich mitmachen möchten, spiele ich jetzt eine knappe Minute meiner Podcast-Melodie ein und lass dich kurz mal in Ruhe. Sollte dir die Zeit nicht reichen, stoppe einfach die Episode kurz und hör es dann weiter, wenn du dir deine Notizen gemacht hast. Bin schon sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Na, wie ist dir gegangen? Ich erzähle dir gleich, welche drei Vorbilder ich mir notiert habe und umso spannender, warum. Der Zettel, die Karte liegt jetzt genau, wo ich das aufnehme, auch nochmal vor mir und ich schaue da mal drauf und da steht drauf, als erstes Mutti, meine Mutter. Als zweites Tom Cruise, wow, was für ein Bogen. Und als drittes Timothy Ferris. Also, wiederholen wir das nochmal kurz, meine Mutter, Tom Cruise und Tim Ferris. Spannend wird es dann, wenn ich dir gleich mitteile, warum es ausgerechnet diese drei, würde ich mal sagen, sehr unterschiedlichen Menschen auf meine spontane Vorbilderliste geschafft haben und warum das alles gar nicht so wenig Sinn macht. Und zwar, erstens meine Mutter. Was haben wir bei ihr notiert? Die Stichwörter Fürsorge, Aufopferung, bedingungslose Liebe für andere. Auch als Beispiel fällt mir ein, früh aufstehen für meine Schwester und mich jahrelang, fast jahrzehntelang am Montag bei Schnee und Dunkelheit hat uns immer wieder ein Frühstück gemacht, hat uns zum Zug gebracht, als wir dann zu unserer Ausbildung eben nach Klagenfurt gereist sind, als wir abgereist sind. Und wenn ich mich richtig erinnere, das war immer so um knapp 5 Uhr plus minus, wo wir dann eben schon uns auf den Weg machen durften. Und egal ob Schnee, Kälte, Eis, Nacht. Ja, Mutti ist bis heute da und war auch damals in der Jugend und in der Kindheit für uns da, um eben all diese Dinge aufzubereiten und eben für uns zu sorgen, Fürsorge. Auch aus dieser Ecke kommt natürlich ein Essen kochen, glaube ich, zu allen denkbaren Tages- und Nachtzeiten. Die Standardsfrage, immer wenn wir auch heute noch am Weg sind mit der Familie, ist, wollt ihr was essen? Wann kommt ihr und was soll ich vorbereiten? Kommen wir zum zweiten, bekannteren Namen, Tom Cruise. Was er mir dazu notiert? Karriere, Durchhaltevermögen, Mut im Sinne von Sport, Fitness, Aktivitäten und Stunts, die in den Filmen vorkommen. Wohlgemerkt ist er in anderen Eigenschaften oder Weltanschauungen natürlich kein Vorbild für mich, nur als Stichwort Scientology. Aber das schließt sich für mich nicht aus, weil ich kann mir ja von diversen Vorbildern und Personen jeweils punktuell die passende Eigenschaft einfach für mich zusammenstellen. Und eine ganz kleine persönliche Story auch noch zu Tom Cruise. Tatsächlich durfte ich ihn nicht nur treffen, sondern sogar einmal mit ihm arbeiten. Und zwar war das 2009 im Zuge der Dreharbeiten zur Action-Komödie Night and Day in der Stadt Salzburg. Nachdem ich beim offenen Casting, damals als Lichtdubel, für einen der weiteren Hauptdarsteller, Peter Sasgard, ausgewählt wurde, bin ich auf insgesamt drei Drehtage und Nächte in der damals frühwinterlich kalten Salzburger Altstadt, irgendwann Ende November, zwischen Steinterrasse und Festspielbezirk gekommen. Ich fand das, als schon damals eingefleischter Tom Cruise, Hollywood, Filmfan überhaupt, einfach nur einmalig. Aber bevor ich zu Serien schwärmen gerate, fällt mir auf, dass die Story wohl eine eigene Podcast-Episode füllen könnte. Oder du sprichst mich einfach mal direkt darauf an. Stichwort Tom Cruise in Salzburg. Dann kann ich dir vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Deshalb verlinke ich dir auch in den Shownotes meinen Blog von damals und einen ganz kleinen Bericht, den ich dazu geschrieben habe. Und beim Vorbild Nummer zwei fasse ich eben nochmal zusammen, dass mich bei Tom Cruise unter anderem eben Stunt und Fitnessleistungen begeistern, dass ich ihm damals aus ein paar Metern Entfernung live dabei zusehen durfte, wie er über die Altstadt-Dächer gelaufen und gesprungen ist. Ja, für diese Mischung aus Glück, Zufall, Timing, wie immer wir das nennen wollen, bin ich bis heute dankbar. Ein einmaliges Erlebnis, für das ich sicher auch etwas Geld bezahlt hätte. Aber natürlich, da ich Teil der Crew sein durfte, habe ich sogar den ein oder anderen Euro damals bekommen, um da mittendrin in den Hollywood-Film-Dreharbeiten zu sein. Kommen wir zum dritten Vorbild, das auf der Karte Platz gefunden hat, Timothy Ferris. Da habe ich mir notiert, ungewöhnlicher Weg zum Erfolg, Ausdauer, Konsequenz, Einlassen aufs Ungewisse und Netzwerk, Fragen stellen und Gespräche. Spannend in dem Zuge ist natürlich die Überlegung, dass ich damals zwar Tim Ferris Bücher und auch schon seinen Podcast bewundert und zeitweise inhaltlich verschlungen habe, heute hörst du bereits die 21. Folge meines eigenen Podcasts. Es gibt auch ein Buch, das ich vorhin schon erwähnt habe. Zufall oder vielleicht gibt es da doch ein paar Zusammenhänge zwischen den 2018 recht schnell aufgeschriebenen Vorbildern und vielleicht doch einigen Denk- und Lebensmodellen, die mir bis heute als Vorbild dienen. Tim Ferris ist mittlerweile erfolgreicher Autor, Podcast-Host, Investor und vieles mehr. Seine Gäste sind, sagen wir mal salopp, von Schwarzenegger abwärts. Der hat übrigens auch das Vorwort zu seinem Buch Tools of Titans verfasst, Das ist nur am Rande und damit du dir, falls du noch nicht von Timothy Ferris gehört hast, einen besseren Einblick von meinem dritten Vorbild machen kannst, packe ich dir einfach seinen Podcast und einen Buchlink ebenfalls direkt in die Shownotes. Ausgehend von Ferris Buch, Der 4-Stunden-Körper, habe ich es im Jahr 2012 nicht nur geschafft, binnen kurzer Zeit mein Körpergewicht um mehr als 14 Kilo zu reduzieren, sondern auch konsequent seit fast 10 Jahren statt um die 86 Kilo, eher um die 75 Kilo zu halten. Durch ein paar Umstellungen in meiner Ernährung, im Lifestyle, die mich eigentlich bis heute begleiten. Wenn ich so nachdenke, dann hat Timothy Ferris wohl einige Auswirkungen auf meine aktuelle Gesundheit, meinen Lebensstil bisher gehabt und ist bis heute ein großes Vorbild in einigem, das ich so beruflich und oder privat mache. Was ich mir dazu noch notiert habe, auf der Karte steht Helden für Körper, Geist und Herz. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich mir das zufällig so ausgewählt habe, ob das doch was war, das wir im Briefing mit dabei hatten. Passenderweise kann ich aber die drei Vorbilder eigentlich ganz gut danach einordnen, weil wie gesagt, wenn es um Herz geht, ist definitiv meine Mutter ein Vorbild und da versuche ich natürlich auch in meiner Familie und in meinem engsten Familien- und Freundeskreis das irgendwo weiterzutragen. Und ja, gelingt mir nicht immer, aber wie gesagt, man kann sich an Vorbildern ja die ganze Zeit orientieren und versuchen, die Dinge auch dann umzusetzen und einfach immer zu verbessern. Körper, Geist und Herz. Wir hatten jetzt Herz eben, was meine Mutter betrifft. Ich würde mal sagen, Körper, ja, Tom, Crews, Actionheld, Filmheld, Stunts, wenn ich denke an Mission Impossible. Ich hoffe, dass das zwei ist, wo er da in der Wüste an den Felsen hängt und dann die Titelmelodie von Mission Impossible kommt. Also solche Dinge sind einfach beeindruckend. Und natürlich, wenn man weiß, dass da ein Filmteam, Filmcrew, Stunt-Koordinatoren herum sind, die ich dank meiner Erfahrung da bei den Dreharbeiten teilweise auch persönlich kenne, aber trotzdem ein Vorbild, was durchaus körperliche Motivation, Anstrengungen und Leistungen betrifft, eben Tom Cruise. Und für den Geist, weil sich das da ein bisschen vermischt, sicher Timothy Ferris, weil eben Lifestyle-Design, Denkweisen, Lebensmodelle natürlich dann weiterführend in Richtung Gesundheit, in Richtung täglichem Lifestyle. Aber ich denke mal, das habe ich ganz gut abgedeckt und vielleicht schaust auch du nach, wie sehr deine drei Helden, Schrägstrich Vorbilder und Heldinnen natürlich da in diese Kategorien passen. Also Helden, Heldinnen für Körper, Geist und Herz, für dich ganz persönlich. Der Vortragende damals hat die Übung mit dem Gedanken aufgelöst, ob wir nicht diese Vorbilder exakt so gewählt haben mit den Personen und Eigenschaften, die wir entweder schon haben. Also überlege einmal, von dem, was du aufgeschrieben hast, was hast oder bist du schon von all diesen drei Personen und oder die wir haben wollen. Das vergleiche bei mir mit eben Timothy Ferris. Ich finde den relativ cool in seinen Tätigkeiten, in seinem Lifestyle-Ansatz, wenn man es so haben will. und wahrscheinlich nicht ganz zufällig habe ich mir den gewählt, weil ich dann eben auch gerne schreibe, weil ich gerne Geschichten erzähle, weil ich jetzt auf einmal und Anführungszeichen einen Podcast habe, weil ich ein Buch habe und so weiter. Also Dinge, die wir haben wollen, können bzw. vielleicht sollten sich sogar in diesen Vorbildern widerspiegeln. Sind die Eigenschaften der Vorbilder bereits meine Eigenschaften? Fragezeichen. Und wenn nein, will ich dahin? Und wenn ich dorthin will, wie geht das? Wann fange ich damit an? Und was kann ich konkret machen? Weil eben umsonst hätte ich mir ja diese Namen oder hast du dir diese Namen nicht aufgeschrieben. Ja, und du hast gerade gehört, dass meine damals aufgeschriebenen Vorbilder und deren Eigenschaften für mich bis heute eine große Rolle spielen und zu dem passen, was ich bereits gern mache, was mich interessiert, was ich gut kann oder wo ich speziell, was eben die familiären, sozialen Eigenschaften meiner Mutter betrifft, noch besser hinkommen möchte. Denk also gern auch du drüber nach, wie nah du den gewählten Vorbildern schon bist. Es ist, denke mal, kein Problem, die drei Personen im Laufe des Lebens immer wieder mal zu ändern oder zumindest die Liste zu hinterfragen, die Eigenschaften abzugleichen mit den eigenen Zielen, Denk, Verhaltensmustern und Lebensmodellen. Die Veranstaltung, bei der ich mir die Vorbilder damals notiert habe, die liegt jetzt schon Jahre zurück. Es war, weil ich gerade nachgeschaut habe, der 23. Mai 2018. Verändert hat sich tatsächlich auf dieser Karte gar nichts. Also ich würde jetzt gar nichts an diesen Eigenschaften einer Person ändern, wohl deshalb, weil ich mir damals eben ein paar Minuten in Ruhe Zeit genommen habe, um über meine Vorbilder und vorbildliche Eigenschaften nachzudenken. Die Karte, auf der ich meine Gedanken damals hingekritzelt habe, die habe ich, wie gesagt, vor mir liegen, bis heute in meiner Schreibtischlade, jetzt habe ich sie extra rausgezogen und deshalb habe ich vorhin erwähnt, dass du dir unbedingt eine analoge, haptische, altmodische Notiz machen solltest, weil auch du die in den nächsten 3, 5, 10, wann auch immer Jahren hoffentlich nochmal hervorkramen kannst und dann schauen kannst, hey Moment, wo bin ich da unterwegs, wen habe ich da im Frühling 2022 aufgrund von Thomas Idee oder Thomas Input im Podcast auf meine Vorbilderliste gepackt. Da ich geträume, mein Motto und den Buchtitel Open Source gern meine Erfahrungen teile und dir möglichst viel davon zugänglich machen möchte, kann ich schon mal vorausschicken, dass ich dir auch ein Foto von meinen damaligen Notizen von dieser Karte direkt in meinen Blog stellen werde. Mehr dazu findest du auf der Website 30march.com 30march.com Solltest du deine Erfahrungen mit dieser Übung bzw. deiner Vorbilderliste mit mir teilen wollen, mit uns teilen wollen, dann auch sehr gerne. Auf der Website findest du nicht nur den Blog, den ich gerade erwähnt habe, sondern auch alle Kontaktmöglichkeiten per E-Mail auf Social Media, wo du mich entsprechend erreichen kannst und wo du vielleicht auch einen Text, ein Foto, eine Sprachnachricht mit deinen Vorbildern und wie es dir da so gegangen ist, senden kannst. 30march Radio ist der Work, Life & Balance Podcast mit Thomas Sommeräcker. In unregelmäßigen Abständen sollen dir die Episoden dabei helfen, auf neue Gedanken und Ideen zu kommen, um dir dein Leben möglichst gut, gesund, aktiv, ausgeglichen gestalten zu können. Und der letzte Bitte, den Algorithmus bei Apple Podcasts und Spotify freut es nicht nur, wenn du dir meine Episoden möglichst lang, möglichst regelmäßig anhörst und natürlich beim 30march Radio auf Abonnieren klickst, weil so erfährst du immer als erstes, sobald es neue Inhalte von mir gibt. Ich habe auch herausgefunden, dass die Chartplatzierungen nicht unwesentlich von den Rezensionen abhängen. Bei Apple kann man diese mit Sternen und oder einen persönlichen kurzen Text abgeben, direkt aus der Podcast-App, am Mac, am iPad oder am iPhone. In der Spotify-App gibt es auch seit kurzem die Möglichkeit, Bewertungen für einen Podcast zu hinterlassen. Dort sind es nur unter Anführungszeichen die Sternchen, also ohne Text, und die Sternchen kannst du bereits ein paar Minuten nach aktiver Hördauer bei einer Folge oder bei einem Podcast vergeben. Danke schon mal vorab und herzlichen Dank fürs Zuhören, euer Thomas. Wie du vielleicht schon weißt, gibt es begleitend zu meinem Podcast eine 30march Music Playlist, die ebenfalls auf Spotify zu finden ist. Und dort werde ich heute den Song Uprising von der Band Muse hinzufügen, ein Song, der mir wirklich gut gefällt. Nicht nur, weil er auf der Soundtrack-Liste beziehungsweise in einem der Trailer von dem heute erwähnten Film Night and Day zu hören ist. Also 30march Music Playlist auf Spotify. Anhören, abonnieren, reinhören. Heute ist der Song Uprising von Muse mit dazugekommen, direkt aus dem Night and Day Trailer. Sicher eine coole Ergänzung, wie ich finde, für meine Playlist begleitend zu diesem Podcast. Oh, was mir jetzt noch eingefallen ist. Willst du mit mir, mit meinem Team arbeiten? Ich bin ja Unternehmensberater, Online-Marketing-Trainer, Lektor, Autor und eben schließlich auch Podcast-Host. Meine Eltern sagen bis heute, ja, ich mache was mit Computer. Tatsächlich mache ich sehr, sehr viel mit Computer, am Computer, aber großteils mit Menschen, mit meinen Kunden, meinem Team und ja, vielleicht kannst oder willst du auch da was beitragen und dazugehören oder du kennst jemanden. Ich arbeite jedenfalls am Standort Salzburg-Stadt für einen interessanten Branchen- und Kunden-Mix im deutschsprachigen Alpenraum, würde ich mal so bezeichnen und suche interessierte, lernbegeisterte, aktive und verantwortungsbewusste Personen für die folgenden gleich erklärten Tätigkeitsbereiche. Das Ganze ist eine sehr vielseitige Assistenz- und Junior-Rolle im weitesten Sinne im digitalen Marketing, im Online-Marketing, so würde ich das beschreiben. Was machst du unter anderem? Erstellung, Management, Optimierung von Online-Marketing-Kampagnen, da gibt es einen großen Schwerpunkt auf Google Ads, auf ja, alle Werbe- und Marketing-Tools, die von Google bereitgestellt werden. Aber auch Mietaufbau von E-Commerce-Maßnahmen, zum Beispiel Produktpflege und Optimierung, Suchmaschine-Optimierung, Bestellmanagement, digitale Logistik, wie du vielleicht mitbekommen hast, gibt es ja unter meinem Projekt, unter meiner Brand 30 March, nicht nur diesen Podcast 30 March Radio, sondern auch ein paar begleitende Produkte. Ich habe das Buch erwähnt, es gibt auch vielleicht das eine oder andere interessante zusätzliche Produkt, einfach ganz kleine Dinge, die du dir da auch online kaufen kannst und wo ich auch, je mehr das an Fahrt aufnimmt, natürlich auch Support benötige, das alles einzustellen, Bestellungen zu managen, Dinge zu verpacken, zu verschicken und so weiter. Also vielseitig zwischen digitalen Maßnahmen am Rechner, zwischen logistischen Maßnahmen, die dann sehr, sehr haptisch sein können, wenn man dann Dinge verpackt und verschickt, die im Online-Shop bestellt wurden. Und was dann noch dazu kommt, Management, Erstellung von Redaktionsplänen, passende Online-Inhalte. Es kann auch diesen Podcast betreffen, es kann meinen Blog betreffen und gewisse andere Eigenvermarktung und oder für Kunden, zum Beispiel Recherche und Vorbereitung, teilweise Umsetzung, Blogposts, Social Media Updates, Newsletter-Inhalte und so weiter. An diesen Bereichen würdest du mitarbeiten, eben im Online-Marketing, im generellen Marketing und Content-Management, sowie im E-Commerce-Management, digitaler und analoger, haptischer Natur. Was bringst du vor allem mit? Mir ist wichtig, Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Inhalten, Produkten und auch Werbebudgets, einen proaktiven und lernfreudigen Zugang für den spannenden Tätigkeitsbereich rund um Online-Marketing, E-Commerce, Digital Content in einem kleinen, 100% remote organisierten Team. Sprachkenntnisse wäre super, sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, weil du eben Anzeigen textest, Beiträge textest, du kommunizierst vielleicht in Videocalls mit Kunden, du schreibst E-Mails, du schreibst Berichte, also da ist mir extrem wichtig, dass da die Sprachkenntnisse vor allem in Deutsch außerordentlich gut sind. Wie du arbeitest? Der Erreichbarkeit sollte an Werktagen im Zeitraum, sage ich mal, 10 bis 16 Uhr mittlereuropäische Zeit grundsätzlich gegeben sein. Im Endeffekt können wir uns Details ausmachen. Dein Arbeitsplatz ist großteils ortsungebunden in der Onboarding-Phase. Bei regelmäßigen Meetings in person werde ich im Großraum Salzburg Orte finden, da gibt es Büros, da gibt es Coworking, Plätze, da gibt es Meetingräume, wo wir eben das Onboarding machen, aber nach einer gewissen Phase von ein paar Wochen kannst du mehr oder weniger zeit- und ortsunabhängig arbeiten. Du profitierst von einer engen Zusammenarbeit mit mir und natürlich den Team KollegInnen und deren langen Erfahrungen in Agenturen, Medien und Online-Marketing-Unternehmen. Und wie gesagt, arbeitest an Kundenprojekten, Kampagnen in unterschiedlichsten Branchen und die Kunden sind eben im erweiterten deutschsprachigen Albenraum, würde ich mal sagen. Was bekommst du? Ja, du bekommst einen angestellten Dienstvertrag nach UBIT-KV, also Unternehmensberatung und IT-Kollektivvertrag. Ich kann mir vorstellen, eben auf maximal 20 Wochenstunden dich oder einen Bekannten von dir oder jemanden, den du empfiehlst auch anzustellen. Überzahlung ist natürlich je nach Ausbildung, Backgroundstudium und so weiter möglich und das Ganze eben beim Einzelunternehmen Thomas Sommeräcker bei mir in Salzburg. Es gibt Zugang zu einer Infrastruktur für modernes ortsungebundenes Arbeiten, es gibt flexible Arbeitszeiten inklusive Aus- und Weiterbildungszeit für die erforderlichen Skills zur Erledigung deiner Aufgaben. Also diese Vorbereitungstrainingszeit und so weiter ist natürlich in der Arbeitszeit inkludiert und da versuche ich dir entweder direkt und oder mit modernen Prozessen, Tools und Skillsets dir da was beizubringen. Ja, wenn es Fragen gibt, Interesse, Zeit und Lust, direkt an mich wenden, bitte und vielleicht kurz Bewerbungsunterlagen, kurze Info durchschicken. Abschließend nochmal der Hinweis, dass du dir am besten unter www.digitalbüro.at sowie unter 30march.com ein Bild davon machst, wer ich bin, was mein Team und ich so machen. Links zu Social Media, Instagram, Facebook, LinkedIn, zeigen dir dort auch die Einblicke in den Arbeitsalltag und in unser Teamwork, in unsere Arbeitsprozesse hin und wieder mal ein Foto, ein Posting, ein Link, wie ich und wie wir da so arbeiten. Würde mich freuen, wenn wir da das Team etwas vergrößern können. Ich habe kürzlich gelesen, ich glaube das war bei Seth Godin in seinem Newsletter und er hat geschrieben Hire for Attitude and not for Skills. Das ist mir ganz wichtig, die Person, die mit mir, mit uns arbeitet, soll von Einstellung her zu unseren Denk- und Arbeitsweisen passen. Das Skillset tatsächlich, also das, was dann gebraucht wird, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man das ohnehin fast von Null auf trainieren muss, weil eben Kundenanforderungen, Projektanforderungen dann wieder speziell sind und dementsprechend Attitude geht über Skillset und Erfahrungs-Set in meiner Arbeitsweise oder in meiner Denkweise was Teamaufbau und Mitarbeiter betrifft. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Es ist heute eine knappe halbe Stunde circa geworden, wie gesagt, Solo-Folge zum Thema Vorbilder und ich freue mich, wenn ich damit den ein oder anderen Gedanken bei dir anstoßen konnte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und du kannst schon gespannt sein auf die nächste Folge, auf die Folge 22, dort reden wir dann über Musik. und du kannst